Nicht aus den Idealen der französischen Revolutionen, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern aus den Idealen für die Bestrohung, Lichtstreue, Ordnung und Gerechtigkeit, ist Preußen und Deutschland die Kraft erwachsen, in diesem Träge einer ganzen Welt von beiden die Siebtreibchen Stirn zu geben. Nur weil unsere Feinde nicht treten, fordern sie als ihre obersten Strecke die Ausrottung des freundlichen Geistes des deutschen Freunden. Gott daher gebe es, was ihnen das niemals gelingen. Wie unser Volk ist, so bleibe ich. Freu, wahr, gottsfürchtig, friedliebend und friedstrüchtig. Nur so wird es, wenn ich geliebt und auch respektvoll beachtet muss man den Völkern der Ehre den kleinen Platz an der Sonne behaupten.